Shalom, Shalom! Ja, wir wollen weiter an den Prinzipien des Reiches Gottes arbeiten. Ihr Lieben, das ist unsere Zukunft. Wir werden in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren noch Dinge erleben, die die Welt schockieren wird. Wie die Dunkelheit ans Licht kommt und diese Menschen, die eigentlich ganz viel Unheil angerichtet haben und im Dunkeln gemunkelt haben, wie die exponiert werden. Ihr Lieben, betet, dass diese Menschen noch die Gnade bekommen, umzukehren. Aber heute möchte ich wieder eine Predigt von Pastor Daniel Exler hier auf YouTube bringen und zwar über Glaube. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Das lesen wir in Markus 9,23. Tatsächlich ist dem Glaubenden alles möglich und wenn Jesus alles sagt, dann ist es auch alles gemeint. Ob etwas in unserem Leben zustande kommt oder nicht, liegt demnach nicht an einer Beschränkung von Gottesmöglichkeiten oder Kraft, sondern sehr oft an unserem Glauben. Wir haben ganz groß in unsere Community Hall geschrieben, wir brauchen nicht großen Glauben, sondern Glauben an diesen großen Gott. Und ihr Lieben, wenn wir den Glauben, den wir haben, in den großen Gott setzen, dann bewegen sich Dinge. Jesus beginnt sein irdisches Christuswerden mit der Botschaft an das Volk. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße, das heißt kehrt um, ändert euer Denken und glaubt an das Evangelium. Und das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für uns gestorben ist, damit wir leben können. Markus 1,15 lesen wir von diesem, was Jesus da gibt als Botschaft, dass die Zeit erfüllt ist. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende der Endzeit, aber die Endzeit hat begonnen mit der Auferstehung Jesu Christi. Das Reich Gottes und der Glaube sind ein Duo, das man kaum trennen kann. Erst der Glaube öffnet die Möglichkeiten Gottes, dass wir aus seinem himmlischen Schatz Dinge auf der Erde freisetzen können. Es geht im Reich Gottes nicht darum, etwas vom Himmel herunterzuholen, sondern darum, etwas aus seiner Fülle freizusetzen. Lukas 17,21 Denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. So was ist Glaube? Ich habe schon bei einem anderen, da steht das nicht in dieser Botschaft, aber bei einem anderen YouTube gesagt, Glaube ist, weil wir viele Menschen nichts wissen. Ich glaube, morgen wird es regnen, da bin mir nicht sicher. Aber Glaube, ihr Lieben, ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das lesen wir davon, lesen wir im Hebräer 11,1 Demnach hat der Glaube einerseits etwas mit der Verwirklichung zu tun und andererseits mit der Überführung. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was wir hoffen. Das bedeutet, dass der Glaube eine Wirklichkeit auf einer ganz eigenen Ebene ist. Glaubende leben in der Wirklichkeit des Glaubens. Das heißt, sie haben eine Hoffnung, die auf der Grundlage der Bibel gegründet ist und nicht auf der Grundlage der Welt. In dieser Wirklichkeit leben sie, diese Grundlage haben sie und darauf hoffen sie. So zeigt uns diese Bibelstelle, dass es beim Glauben darum geht, auf dieser Grundlage zu leben und genau zu wissen, dass die Hoffnung bereits Wirklichkeit ist. Auf der anderen Seite ist sie eine Überführung von Dingen, die man nicht sieht, noch nicht sieht. Das heißt so viel wie ein Nicht-Zweifeln. Gott kann mit Zweifeln überhaupt nicht arbeiten, die sind wie herumgeworfen im Wind. Das heißt so viel wie ein Nicht-Zweifeln an Dingen, die man nicht sieht. Glaubende leben in der Wirklichkeit der geistlichen Welt, in der alles möglich ist. Und dort halten sie Verheißungen im Glauben fest und zweifeln nicht an Dingen, die sie mit ihren physischen Augen noch nicht sehen. Das Schlüssel für Glaubende liegt hier in diesem Vers. Sie sehen mit ihren geistlichen Augen bereits die Erfüllung ihrer Verheißung, die sie mit ihren physischen Augen noch nicht sehen. Und das ist Glaube. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Woher kommt der Glaube? Davon lesen wir jetzt im Römer 10, 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Wenn du Probleme hast mit Glauben, dann lies dir das Wort Gottes laut vor. Ich habe sogar am Anfang meines sehr intensiven Glaubenslebens, habe ich mir die Bibel selbst auf Kassetten gesprochen damals. Und den ganzen Tag, Tag und Nacht liefen bei mir in meinem Haus diese Kassetten. Und in der Nacht auch. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte, dass das in mein Unbewusstes geht, in mein Unterbewusstes. Das hat große Auswirkungen gehabt. Der Glaube kommt wörtlich aus der Verkündigung oder aus dem Hören, aus dem Gehör, aus dem Gehörten. Die Verkündigung jedoch durch das Wort Christi oder aus dem Wort Gottes. Starker, überwindender und biblischer Glaube kommt demnach aus dem Hören des Wortes Gottes. Im Prinzip sehr einfach. Was du hörst, wirst du auch glauben. Ich glaube, genau in dieser Zeit war man sehr gefordert, was wir hören. Wem hören wir zu? Ich habe vor einigen Jahren, schon viele Jahre, den Fernseher abgemeldet, keinen Radio und keine Zeitung. Ich lese nur die gute Nachricht, das Wort Gottes. Und was ich so nebenbei wissen sollte, das kriege ich, wenn ich mal in die Stadt gehe, von den Überschriften auf den Zeitungen und beim WhatsApp. Ich vermisse gar nichts. Und so viel Zeit vergeudet man da. Und so viel Unbehagen kommt da in unser Leben, weil was wir hören, was da reingeht, das hat Auswirkungen. Was da reingeht, hat Auswirkungen. Und darum sollen wir sehr vorsichtig sein, besonders bei Kindern. Was sie hören und was sie sehen, das wird Auswirkungen haben. Also, es ist so wichtig, dass wir darauf achten, was wir hören. Was hörst du den ganzen Tag? Wenn wir Sorgen, Ängste, Zweifel und Tatsachen der Welt hören, zerstört dies biblischen Glaube. Wenn wir allerdings das Wort Gottes hören, wird unser Glaube jedes Mal aufgebaut und gestärkt. Demnach ist Glaube kein Produkt einer großen Anstrengung, sondern eine bewusste Entscheidung, wem du zuhörst, beziehungsweise was du anhörst. Schon im Alten Testament, in Sprüche 14, 20 bis 22, sagt uns Gott, dass wir unser Ohr seinen Reden zuneigen sollen. Wir sollen diese im Innern unserer Herzen bewahren. Darin liegt eine Verheißung des Lebens und der Heilung. Wenn wir Glauben haben wollen, der Berge versetzt, der Kranke heilt, bei dem nichts unmöglich ist, müssen wir das Wort Gottes hören. Halleluja. Und wisst ihr, besonders wenn wir krank sind, wir dürfen ja nicht auf unsere Gefühle hören, sondern auf das Wort Gottes. Ja, da könnte ich auch einige Geschichten erzählen, wie Gott mich geheilt hat. Und zwar so lange, bis das Wort Gottes in mir zu greifen begann. Glaube und Liebe in Galater 5, 6. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Glaube ohne Liebe ist nicht wirksam. Ein Glaube, der allerdings in Liebe vollbracht wird, ist eine sehr mächtige Waffe. Paulus erklärt uns im 1. Korinther 13, 2, dass er mit Glauben, aber ohne Liebe nichts wäre. Erst die Liebe zum Nächsten und zu Gott öffnet in der geistlichen Welt eine Möglichkeit, dass der Glaube zu seiner vollen Entfaltung und Wirkung kommen kann. Diese beiden gepaart mit Hoffnung, die nach Hebräer 11, 1 die Grundlage des Glaubens ist, haben einen Ewigkeitswert. Glaube und Hoffnung und Liebe. Glaube und Geduld, damit ihr nicht träge werdet, sondern nachahmer derer, die durch Glauben und Aushärm die Verheißungen erben. Hebräer 6, 12 ist es. Nicht nur die Liebe und die Hoffnung sind beim Glauben entscheidend, sondern auch die Geduld. Das Ausharren, das Dranbleiben. Und da könnt ihr was von den Afrikanern lernen. Wenn ihr einem Afrikaner was versprecht, der wird dich so lange erinnern, bis du es getan hast. Da war ich am Anfang sehr frustriert und habe gesagt, Herr, die sind lästig. Nein, die glauben dir. Genau so sollst du mir glauben. Mich erinnern an meine Verheißungen, bis ich es getan habe. Wenn wir Verheißungen erben wollen, ist es unüberwindbar, dass wir im Glauben aushärten bzw. auf Gottes Zeitpunkt geduldig werden können. Das Besondere beim Glauben ist, dass sobald ein Glaubender eine Verheißung empfängt und mit seinem geistlichen Auge sieht, er sie bereits hat. Aber wenn er sie noch nicht physisch sieht, hat er die Erfüllung jedoch innerlich bereits in seinem Herzen. Auf diese Weise kann man sehr lange warten. Wenn eine Verheißung sichtbar wird, spricht man oft von einem Wunder. Der Einzige, der in solchen Momenten nicht überrascht ist, ist der Glaubende selbst. Denn er hat schon seit Jahren im Herzen gesehen. Das Wunder war bereits reell in der geistlichen Welt vorhanden. Er hat durch Glauben und Geduld die Verheißung geerbt. Je mehr man auf die geistlichen Realitäten schaut, desto unwichtiger werden die physischen Tatsachen. Die Folge ist, dass die Geduld eine sehr leichte Nebenserscheinung des biblischen Glaubens wird. Die großen Glaubensmänner, die in Hebräer 11 verwendet werden, hatten dieses Prinzip verstanden. Manche waren so stark im Ausharren und in der Geduld, dass sie es während ihrer eigenen Lebenszeit gar nicht mehr gesehen haben. Das werde ich euch dann jetzt gleich vorlesen. Diese Glaubensmänner glaubten in Geduld und erbten die Verheißung jedoch nicht mehr in ihrem Leben, sondern sie wussten, dass Gott etwas Besseres für sie vorgesehen hat. Diese Glaubensmänner wussten, dass die geistlichen Wahrheiten wichtiger und realer werden, als die physisch sichtbaren Tatsachen. Und da möchte ich euch jetzt noch ein paar Glaubenshelden vorlesen. Es ist wunderbar. Ich nenne sie die Ehrenhalle der Gläubigen. Im Hebräer 11. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die alten Zeugnisse erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer als kein, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Und jetzt müssen wir uns merken, Nummer 6, im Kapitel 11, Ohne Glauben, aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner wird. Und jetzt kommt der Noah. Mich hat der Herr einmal gefragt, ob ich den Glauben von Noah möchte. Und dann habe ich gesagt, Herr, bitte lass mich ein bisschen nachdenken. Wie war das beim Noah? Dann bin ich draufgekommen, dass der 100 Jahre eine Arche auf einem Berg gebaut hat, wo kein Wasser war und es nicht geregnet hat. In der Zeit hat es nicht geregnet, da war ein Wassergürtel um die ganze Welt herum und es war nur alles wie ein subtropisches Klima. Es gab keine Antarktis, nichts. Auf der ganzen Welt war das gleiche Klima. Und er hat 100 Jahre an der Arche gebaut. Und 100 Jahre wurde der verspottet, ausgelacht, als verrückt erklärt. Aber nach 100 Jahren ist den anderen das Lachen vergangen. Denn dann kam der Regen. Noah hatte einen Glauben, der war wirklich durch Ausharren gekrönt. Er hat ja 100 Jahre eine Arche gebaut, auf einem Berg, wo kein Wasser war. Es hat auch nicht geregnet, im Gehorsam an Gott. Also logisch war das sinnlos. Aber er hat geglaubt. Und durch Glauben, heißt es im Vers 7, Hebräer 11, 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt. Eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Der Noah ist wirklich, der ist nachahmenswert. Der Mann hat nicht aufgegeben. Und es hat ihm und seiner ganzen Familie zur Rettung gedient. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an dem Ort, den er zum Erdteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob. Den Miterben dieselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlage hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so viele geboren worden, wie die Sterne des Himmels an Menge, und wie das Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren. Das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Durch Glauben hat Abraham also geprüft, als er geprüft wurde, den Isaac dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaac sollte eine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Durch Glauben segnete Isaac auch im Hinblick auf zukünftige Dinge, den Jakob und den Esau. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jener Söhne Josefs und betete an über die Spitze seines Stabes. Durch Glauben gedachte Jakob sterbend des Auszugs der Söhne Israels und traf Anordnung gegen seine Gemeinde. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharao zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sehr den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Blutbestreichung ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer, wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Und so weiter. Ihr Lieben, es geht noch weiter, aber es ist durch Glauben. Durch Glauben, durch Glauben. Durch Glauben heißt, Gott zu vertrauen, mehr als allem anderen. Dann lesen wir im Hebräerbrief 6,12. Damit ihr nicht träge werdet, sondern nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Nicht nur die Liebe und die Hoffnung sind beim Glauben entscheidend, sondern auch die Geduld. Wenn wir Verheißungen erben wollen, ist es unüberwindbar, dass wir im Glauben ausharren, beziehungsweise auf Gottes Zeitpunkt geduldig warten können. Und dann können wir weitergehen, dass der Glaube sieht und spricht. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Wömer 4,17. Vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtsseiernde ruft, wie wenn es da wäre. Abraham, der Vater des Glaubens, hat mit seinen geistlichen Augen gesehen, als ob es wäre, und hat das physisch bisher noch Nichtseiernde gerufen, als ob es wäre. Das ist ein wichtiger Schlüssel zum biblischen Glauben. Ein Glaubender sieht einerseits Dinge mit seinen geistlichen Augen, die er mit seinen physischen Augen noch nicht sieht. Andererseits spricht der Glaubende Dinge aus der geistlichen Welt in die physische Welt hinein. Als Jesus in Markus 5,39 zu der verstorbenen Tochter von Jairus kommt, sieht er dieses Kind mit seinen geistlichen Augen bereits am Leben. Die Folge ist, dass er spricht aus, dass das Kind nicht gestorben ist und verändert demnach durch den Glauben die Tatsachen und Realitäten der Welt. Hin bis zu Gottes Willen und Wahrheit. Demnach ist alles möglich für den, der da glaubt. Jesus ermutigt uns, die gleichen Dinge zu tun. Davon können wir in Johannes 14,12 lesen. Durch das Wort Gottes, das die Wahrheit ist, können wir jede Realität auf dieser Welt verändern. Da möchte ich eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen, die mir sehr bewiesen hat, dass Glaube das Um und Auf ist. Und zwar haben wir ein riesiges Gebiet geschenkt bekommen von einem reichen Afrikaner. Und ich war begeistert. Es hatte eine wunderschöne Landstraße entlang dieses Gebietes. Es hat sogar durchgeführt durch dieses Gebiet. Und ja, ich war begeistert. Und ich habe alle Papiere unterschrieben. Und wie ich unterschrieben hatte, bin ich draufgekommen. Das war ein Katastrophengebiet. Bezahlte Mörder haben da drauf gewohnt. Und ganz viele Witch Doctors, also Zauberer. Und es war richtig, es war heftig. Und dann habe ich nur gesagt, Herr, warum hast du mich nicht gewarnt? Ich habe doch gehört, dass ich das kaufen soll, dass ich das schreibe, dass ich es annehmen soll. Nicht kaufen, annehmen soll. Und dann hat er gesagt, ja, das ist mein Wille. Sag ich, aber warum ist das jetzt so ein Katastrophengebiet? Das ist ja fürchterlich. Sagt er, Namen ändern, Maria. Sag ich, ja, wieso soll ich den Namen ändern? Das ist die Realität, das ist ein Katastrophengebiet. Sagt der Herr, nein, Namen ändern. Sag ich, ja, welchen Namen soll ich ihm denn geben? Sagt der Herr, Glory Land. Herrlichkeitsland. Und wie ich das gehört habe, hat es bei mir der Oma knack gemacht. Und ich habe neue Brille bekommen für das Ganze. Ich habe es von dort an als Herrlichkeitsland gesehen. Und heute ist es ein Herrlichkeitsland. Der Herr hat mächtig gewirkt dort. Er will, wisst ihr, aller Segen, den Gott für uns bereithält, ist leider besetzt. Und wir sollen es frei beten, frei glauben, frei sprechen. Gott hat gute Pläne für dich. Und der Feind möchte alles, was Gott gut nennt, will er besetzen. Und da musst du dahinter sein und frei beten. Und Gott glauben und vertrauen. Ja. Also alles, was wir nicht aus Glauben tun, ist Sünde. Baue deinen Glauben bitte nicht auf Enttäuschungen, schlechte Erfahrungen oder Menschenmeinungen auf, sondern baue deinen Glauben auf Gottes Wort auf. Denn der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Davon lesen wir in Galater 3, 14 bis 19. Ja, die Umgebung des Glaubens. Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Und der Pastor Daniel Exler, dessen Predigt, die ich hier euch weitergebe, ist ein Mann des Glaubens. In seiner Umgebung, da ist gut zu leben. Denn da fühlt man wirklich die Gegenwart Gottes. Da kann man wachsen. Und er selbst hatte einen Vater, der wirklich ein großer Glaubensheld ist. Ich durfte ihn auch kennenlernen. Und ich nenne ihn auch meinen geistlichen Vater. Und Jesus hat auch eine Umgebung des Glaubens geschaffen. Und in dieser Umgebung durften seine Jünger aufwachsen und sich zu Aposteln der weltweiten Gemeinde entwitteln. Diese Umgebung des Glaubens repräsentierte das Reich Gottes. Wo Jesus hinging, ging das Reich Gottes mit. In dieser Umgebung gab es keine Möglichkeit mehr für Tod, Krankheit, Besessenheit. Als Jesus allein mit der Ehebrecherin dastand, war sie in seiner Umgebung und wurde vom Tod errettet. Die hätten sie gesteinigt ohne Jesus. Als Jesus zur Totendochter des Eheiros kam, kam sie auch in seine Umgebung und der Tod verschwand. Als Krank und Besessene in Jesu Umgebung kamen, wurden sie geheilt und frei. Ja, wir möchten euch jetzt ermutigen, dass du eine Umgebung des Glaubens aufbaust, in der andere Leute gesegnet und gerettet werden. Dieser Glaube ist ein Segen über Generationen hinaus. Glaube an deine Kinder. Glaube an deinen Ehepartner. Glaube wird Berge versetzt. Und Glaube wird die Menschen freisetzen, der Traum Gottes zu werden. Glaube hat eine Verheißung. In Markus 11,24. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Johannes 1. Johannes 5,4. Denn alles, was aus Glauben geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Die Kinder Gottes, die im Glauben beten, empfangen, worum sie beten. Ebenso setzt der Glaube eine Kraft frei, der die Welt überwunden hat. Lasst uns Glauben und das Reich Gottes ausbreiten, zu dem wir berufen sind. Und in Markus 9,23 noch einmal, Jesus sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Shalom, Shalom.